Haben die irgendwie den Cursor verändert? Die Hand sieht ein bisschen anders aus, finde ich. Ja, ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die sieht so komisch gebogen aus auf einmal. Wo ist Tom denn? Weiß ich nicht. Warum schon her? Du bist bei mir gar nicht in der Gruppe. Du bist bei mir ausge... Ah, jetzt ist er da. Ihr könnt euch direkt zu mir porten. Ich bin bei Niklas. Ich bin jetzt Kathedrale Ebene 4. Go go Niklas, ich lass dich tief kennen. Okay, ich helf mit. Wie seid ihr denn? Ja, wir sind alle Stufe über dir. Ja, warum denn das? Weil wir es können. Na gut. Äh... Was meinst du, Skelettkönig? Die Schwierigkeit lassen? Blau! Ja, lass mal. Kann ich hardcore. Hier, ich denke mag oder was, ich mag den einfach hier. Boah, 600 hau ich dem rein. 600er Chris. Aber ich muss, ich muss eine passive weg machen. Ich zieh mir zu viel Leben. Die ziehen mir grad irgendwie zu viel... Armkraft. Ja, ich hab den, den Mana-Leben-Trade zurzeit drin. Achso. Dass ich halt Maler von Leben bezahle. Fand ich den anderen besser. Fand ich den anderen besser. Kettenhemd. Oh, Kettenhemd mit nem Sokkel. Nice. Das mach ich. Zwei da raus. Ketten. Sokkel. Ketten. Ich bin echt so hoch. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. hey wieso packten das so rum das schockt ihr das ist das bei dir auch so raus und reingesprungen ja 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 aber sieht gut aus jetzt jawohl ja nice 2 schillernde tränen eine träne und eine acquisite exsens und halt robine ich auch also nichts was ich davon gebrauchen konnte und halt ein ding was wieso bin ich denn tot weil du mit leben ich bin zu seit des kreises jetzt oh ich bin auf den hund gekommen auf den wohnen drauf auch guter 1 ja mit klasse mit mann festiert auch in der Falle es ist eine Falle es ist ein Junge 90 ist weg Der ist so arg, da fackt dort nicht langer Nein, guter ist nicht Du solltest vielleicht nicht mit deinem Leben immer bezahlen Ja, das habe ich schon leider wieder rausgepackt Das ist doch nicht schlimm Nee, ich habe jetzt da ungeraumt Oh ja, das ist nicht so schlimm Easy Oh, viele gelbe Gegenstände Ja, bei mir auch Ich habe drei gelbe Gegenstände Oh, Tom, hast du noch mal Bock auf Schillen? Ich habe hier noch eine Dings Ähm, mach ich gerne gleich Ich muss nur noch ganz gut sein Ey, ich habe drei Handschuhe bekommen Oh, okay, Mädels Jetzt, wer von euch will diesen Helm haben Ich habe das bekommen Nice Oh, der ist nett Ja, Nico, ich würde sagen, du kriegst den an Weil Jan hat da Helme Oh, Legendary Ja, Nico Was? Willst du uns verarschen, Tom? Ich habe Mr. T Ja, das rückt meinen Kopf raus Oh, okay Toms Toms Schild ist besser Oh, Tom, du hast einen Einländer, wo du noch was reinpacken kannst Boah, du Sau Goldträger Goldträger Lol Oh, Mr. T, du hast immer noch meinen Kopf Nimm ich zwei Islander oder nimm ich einen? Oh, ja Oh, ja Dankeschön Kann wer Der, der, der auffällt, seine Intelligenz drauf ist und die Stärke Oh, ja Ich bin jetzt wahrscheinlich gerade jemanden, der mir unseren Stream geholt Weißt du, du? Hallo Ähm, warte Und Tschüss Ich hab's grad nicht auf, ich kann's dir nicht sagen, keine Ahnung Heute muss ich für immer gucken Also, zu st... äh Hallo Jetzt haben wir ja 31, das ist aber gar nicht wichtig Hm Und Ich bin wieder ein spontanzuschauen, kann ich leider gar nicht bitten Aber Mein Freund Also, mein Freund, den ich kenn schon Ja Nice Dein Freund Dein Freund Oh, ja, der Weißt du Ich sterbe Weiß Vielleicht haben wir keinen Zuschauer mehr Ja Äh So, ok, jetzt hab ich den Chat offen Ja, ich hätte gerne mal Ähm Ich wär gerne mal Hallo Um mir Ähm Endlich mal ne Weiche zu holen Wieso wirst du ihn schon so voll kennen? Weil ich eventuell jeden Tag von 8 bis ... ... weiß ich nicht wie viel ... Na gut, ja, ich hole ihn ab. Wenn er sich bei dir meldet zum Akkohlen, dann sag mir Bescheid. Na gut, Nacht Willow. Na? Na? Jetzt glaub ich alles nichts drin, ne? Wartet mal auf mich. Ihr seid viel zu schnell, ihr Mangos. Nein, du bist zu langsam. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber irgendwie ... Ja, ich muss es besser gucken, ne? Äh? Wird zwischendurch einmal zum Züge machen? Ich gucke, ob irgendjemand was geschrieben hat. Ne, hab ich jetzt offen. Ich hab's auf dem zweiten Monitor aufgerufen, aber keiner hat geschrieben. Ich hatte mich gerade rausgeschmissen, weil ich irgendetwas geschrieben hatte. Und das? Erstmal nachgucken. Hier hat keiner rausgeschmissen. Wo ist denn unser Neo, die? Nico? Wann will der AFK? Oh, 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 läuft! Wow! Vielleicht hat er vergessen, sich die Füße zu waschen oder so. Ja. Meinst du, das ist so ... Er kommt so mit natzen Haaren und dann einfach so total schwarz ist. So. Sehr schön. Ja, warte, dann lass mal eben hier warten, dass er dann hierhin kommt und sich das Buch aufholt. Ja. Nichts was dagegen, aber kann nur machen. Naja, dann kann ich eben noch mal ein bisschen's rumskillen. Ja, mach ich nämlich genauso. Sturm... Ah, geil! Den Vertrauten hab ich jetzt. Komm für die Fustenhofer rein hier. Aber wobei, noch bringt das gar nicht Funkenflüge. 10 Euro. ... Nee, dann ... Ich könnte die ... Normale Hüte renn. Nee, dann lass mal die Frusten hoch. Das bringt's. So, hier, ne, da auch nix Schock im ... Okay Ja, ne, das ist ... Nice Kabel, ach doch Hm, okay, ne, dann ziehe ich überall Ist schon So Geh ich so lang, nochmal zurück Hm, hm, nochmal verkaufen Ah, äh Oh, kürzisch, das geschehen haben muss Ja, ja, hab ich Aufgegraben, wie du dir ansehen solltest Ja, hier hat er auch gern Alles klar Oh, ich hab nur einen zweiten Ring Sagt mir das denn keiner Mach ich doch glatt 234 Schaden Ein Hirn Ah, oh, Schultern hab ich auch neu Sehr gut Mensch Hä, so seid ihr plötzlich In der Stadt Sag mir das doch In der Stadt So, eigentlich kein Rest, dann kann ich Nein Nein, die müssten mir das sagen So Okay, das bringt ein Ist ja gleich Stufe 8,5, mein netter Schmied Hm Hm Ähm, ja, der Delay ist aber normal Also 40 Sekunden ist völlig normal Das hat nichts mit deinem Internet zu tun Das hängt darin, dass wir kein Twitch Partner sind Und damit kein Delay einstellen können So, ähm Hm So Unten der Typ So Sorry, wieder da Ist sie gewaschen? Nochmal bitte Ist sie gewaschen? Äh Ne Aber mein Vater, hallo gesagt Ist grad Wieder nach Hause gekommen So, alles klar Ähm Können Oh Hab ich Genau Das ist fähig Zumal Und Welche Stufe ist euer Schmied? 8 Äh So Meinetwegen Können wir gleich Los Ich wollte mir nur noch Was wollte ich Was habt ihr jetzt so für Schaden? Ja, noch für Schaden Sind? Ja Äh 270 hab ich jetzt Boah Ja gut, wollen wir weitermachen? Achso Niko Ja Drück mal auf meine Flagge Niko Damit du ihres Buch gehst Nee, warte Äh Oh Den Ich guck mal ob du den hier gebrauchen kannst Nope Alles klar So, dann können wir jetzt weiter Aber dankeschön Jo, danke fürs Buch Ja wirklich, viel verpasst habe ich ja nicht Was sie folgt mir Was wenn du auf die Fahne drückst Nico hast du das Buch geholt? Hm Jo hab ich Ja tun wir Ja OBS Ich hab die Frage Also mit OBS zu Glaub ich jedenfalls, dass du es grad bist, ne? Ja natürlich X-Split kostet ja Und X-Split kostet Finde ich bei weitem nicht so gut wie OBS Aber es ist sehr einfach So am Anfang war X-Split noch deutlich besser Ähm Dann haben sie es A eingeschränkt Und äh B ähm War OBS auch noch nicht so gut Aber die haben sich echt gemausert und äh Ja Wenn man sich ein bisschen eingefunden hat oder so ist das Es müsste ein Diablo Recount geben Ich möchte hier einen minderwertigen Reflexbogen haben Ja schmeiß mal raus Ne minderwertig nicht Äh Nico Ja Du hast auch Warframe, oder? Ja Was heißt ich hab's Ich hab das während der Alpha und während der Beta gespielt Und hab's dann nochmal als es öffentlich wurde gespielt Und im Vergleich zu Alpha und Beta finde ich das jetzige Spiel schrott Echt? Wieso? Ähm Das 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 Spielsystem hat sich verändert Und auch die 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 äh Das Das tree Die Skilltree und sowas Und das hat mich Pfff Skilltree? Ja Skilltree Ja Skilltree Was hat's denn da ein Skilltree? Nur die Mods gibt's doch Ja die Mods Das meine ich als Skilltree Das haben Das war vorher ein Skilltree Gezei Du musstest die Mods sammeln Und hattest dann aber auch noch nen Baum Das fand ich damals viel geiler Als Legendary Äh Lol Jetzt bin ich der einzige ohne Legendary Das einzig blöde ist nur dasselbe wie Tom Ähm Das gleiche Das gleiche ist mir doch egal Warum erhalte ich Intelligenz bestückt? Das ist aber da hier Schau mal Schaut euch mal das an Am Schienen Nice Show von Kaldi Oh alter Verdammt mit ne Sockel drin Jo Nico da kommt ne roter Sockel rein Dann machst du alles kaputt Da ist irgendwas rausgefallen Was ist das hier? So Jo Roter Sockel dafür brauche ich aber erstmal nen großen Ja Ja das dauert Das ist was he said Ja Alles klar machs gut Cheerio Tschüss Äh skeleton king inbound Oh jawoll Wie viel damage habt ihr jetzt? 280 Äh 175 grade 210 Okay und du? Tom Bist du 130 Ne ich hatte deins auch nicht gehört Jan Äh Äh 171 Äh 271 Okay Ich hab 383 Oh Fuck Dafür halte ich aber auch nix 80 Das reicht aber auch nix 80 Das reicht aber auch nix 80 Das reicht aber auch nix 80 Ja Ich hab noch nicht genug Leben pro Treffer Ich schon mit 60 Also so Gegnermassen sind echt cool Ich hab gar kein Leben pro Treffer Ich hab nur 90 Leben pro Sekunde und ich sterbe nicht im Normalfall Eigentlich gibt mir sollte eigentlich auch der Normalfall sein, dass man nicht stirbt Okay 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 Ich hab doch was gefunden was mir Leben gibt Ich hatte denn nämlich mein mein Geisterspeerfeuer Ach auf meine 4000 kommst du erstmal ran Hier gibt's noch n Buch Ach ne doch nicht Warte Ja die dunklen Ecken Das ist aber rechts Nein das ist links Wenn du von deinem Charakter aus guckst dann ist der aber grad rechts gegangen Ja und Ja wir müssen verloh Ja und Unsere Charaktere sind halt deutsch Die gehen halt immer der Gesinnung nah Und ja nein Nico welches Level hat sie denn in Warframe ich habe das ziemlich viel gespielt am anfang ich habe meinen account auch noch aber das wurde irgendwie alles zurückgesetzt also ich werde wenn ihr das später woche nicht ich spiele aktiv hat doch hier nimmt das jetzt sonntag oder sollte das runtergeladen gehabt meine exkaliber charakter ist fast 30 ok bist du gerade erst aufgestiegen ja ich bin gerade auf 23 aufgestiegen noch zwei balken bis zum nächsten ich brauche ja auch das längeren afk und bin ja auch deshalb drüber gestorben ich sterbe nicht mit so viel hp solltest du nicht mehr sterben vor mit dem schild dabei wo ich das jetzt kommt weil du fünf kobolde weg gestoßen hast hast ja gründliche erkundung vielleicht lasse ich mich ja nochmal dazu überreden können wir ein bisschen warframe zusammen zucken ja ich bin momentan dabei mit dem warframe rhino zu bauen weil für den braucht man irgendwie schon initiatoren silberinitiant oder so was und das habe ich halt gemacht gehabt und das ist ja der einzige warframe für den man das braucht und ja was die gerüstung halte 20 minuten lang denselben rüstungszauber ach sehr schön ach ihr macht ja ja natürlich was hast du erwartet ja ich war doch territorial erkunden der territorium erkunden meine ich klatschen nico nimm mal die heuschreckenplase rein nein ok machen soo anstatt geisterwandler nee geisterwandler bin ich auch vermissen soo dann kann ich es leider nicht ändern ja gut dann nicht oh geil jetzt hab ich endlich das mana ding halleluja oder nico 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 und dann ist es buggy und ich krieg gar nix das ist auch in Ordnung oder hat wahrscheinlich eine 80% Chance, ihr kriegt's alle und ich nicht ja, ich bin da wahrscheinlich eine 99% Chance und du kriegst es nicht oder es bekommen nur die Charaktere die kein Dämonenjäger sind genau, und die nicht Norion heißen richtig und da du ja beides zusammen hast, bekommst du quasi sogar Gegenstände aus dem Inventa abgezogen da werden wir sogar einen abgezogen aus dem Inventa oder Lovil, naja, keine Legend abgezogen werden können nein, 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 nein aus warte, bevor wir den Skeleton King angreifen, lass dir erst die ganzen Finger hier kleeren und, ähm halt, äh, meine Fähigkeit nochmal anpassen gut okay, der kommt während des Kampfes nicht wechseln haha wie kann ich das hinten, okay auf der auf der Dings ist mal ein Infight ah, dann mal los fuck it egal auf geht's wieso habt ihr eigentlich links neben den Dings so eine komische Hardcore-Anzeige mit einer Sanduhr? und Jan und ich nicht? keine Ahnung ach sie Hardcore-Anzeige ich hab nur drauf gewartet, dass der Anruf tatsächlich abholen soll nein ich hab doch Sonntag schon angefangen ich arbeite doch keine 6 Tage ey Jungens, der hat eine Million, oder? ja ja geht doch ich krieg ab auf der Seite mein Crash, so nice wir sollten ihn wegziehen komm zieht ihn mal weg, damit wir retzen können warte, ich retz ok dank schön also diese Viertelchen haben wir doch schon ja wir machen auch 20% mehr Damage drauf weil ich ihn markiert hab ja ok dann gib Blutlast im Marieter er macht 20% mehr Damage dazu mach ich mehr Schaden als wenn ich mit meinem wow 1-Hit-Kill ja du Bart ja 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 das finde ich verdammt ich hab dir jetzt meinen Sonnig sinnlos benutzt ich hab dir jetzt meinen Sonnig sinnlos benutzt ok hey Jo Hälfte haben wir jetzt noch manchmal kritisch einfach mit 900 und manchmal mit 200 fuck ich hab dir jetzt noch mal ja ich hab mich geholfen ok finde ich aber gut das wir das auf Qual durchziehen können hier also höchster Schwierigkeitsgrad, dann aber nicht im höchsten Modus ne höchster modus aber nicht höchster grad oh guck mal er hat mich angeschaut komm schon nicht mehr lang ja jetzt gibt er ja 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 okay ja 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 man ich hab leorix krone ja ich hab auch die krone ich auch unten durch aber ohne sockel auch leider keinen sockel aber trotzdem aber das macht nichts ich mach jetzt 426 schaden alter 481 85 517 boah jan ey deine waffe nettes ding aber die macht mir weniger schaden boah ich hab auch einen echt guten bogen gerade bekommen und ich hab einen ring bekommen also die zwei hand stange ist irgendwie scheiße jetzt ich bin jetzt bei 393 die hier macht mir schaden ähm unser lieber freund ist nochmal zurück und fragt ob wir team fortress 2 spielen also ich nicht spielt einer von euch ich hab's mal ne weine weile gespielt ich hab's auch zwischendurch ich hab sogar sehr viel gespielt zeitweise aber brownie sagt mir gerade nix ich bin eigentlich ziemlich inaktiv seitdem das mit man was das machine raus kam aber davor hab ich viel gespielt da hab ich zwischenzeitlich gespielt aber auch nicht aktiv und nicht viel so genau ich spiel's mal wenn ich Lust drauf hab und jemand hat das mit mir gespielt so genau so sehr schön ich spiel quasi nur auf einem server so die stangenwaffe behalte ich aber auch nett so und anstehen jawoll ja gerade als festbelohnung ich hab nochmal nen kopf es gibt hier übrigens wieder ein buch wo hier unten hier bei lea oder kein leer bei kein gibt's auch ein ja das hab ich schon gesagt ja so sorry ich glaub da war es auch gar nicht da ist so also ich hab jetzt 404 damage 517 immer noch mann würdest machine gefällt nicht so viel an sich finde ich ist das eine geniale idee so koop mäßig aber irgendwie da fehlt mir ein bisschen was in dem modus da arbeitet man so auf nichts hin irgendwie naja theoretisch wenn du dir die richtigen kaufen würdest dann würdest du schon auf was hin arbeiten so ich pack mir jetzt erstmal hier nen Sockel in meine Waffe so das habt ihr denn alle schon so tolle Sachen ich hab nur lädierte Sachen Ich auch, ich habe einen richtig Scheißsockel, aber besser als gar keiner. What the fuck? So, Stufe 9 hier. The fuck? So, erstmal Fähigkeiten anpassen hier. Stimmt, das könnte man ja auch machen. Das kann nur eine Versch... Erhöht den erzeugten Hass auf 6. Doch mit. Elementar-Pfeuers. Rüstung. Ah ja. So. Ah ja, nice. So. Ja. Ich bin bereit. Der Geist ist willig. Hm. Okay, also meinetwegen kann man gern los. So, ich bin auch fällig. Ja. Von mir aus können wir. Ach nee, wir müssen hoch, ne, oder? Wie durfte ich verlassen, denn? Ach nee, Friedman, ja. Ach cool, da kriegt man Erfolg für. Ja. Jo. Ich bin voll rot, seh ich gerade. Ja, rote Rächer. Oder Rotkäppchen. Oder Robin. Ich bin voll rot, ne, oder? Wie ich sie vermisst habe. Boah, jetzt bitte ich hier mit einfach mal 1.900, ey. 1.600, jawoll. Kommrob, 200. 200. 200. 255. Oh, was ist das nicht? Ok Was ist hier? Weithin wird von Angriffen durch die Kasrat Knitzen wir uns gut durch, würde ich behaupten, ne? Ja, negativ, ne? Ach, ich wollte die Chakram, sie sind cooler GZ Oh, ein federhafter Wun, GZ Vielleicht ist da hinten so ein Elite-Baum, der mir einen legendären Köcher drucken kann Der alte Mann GZ Der alte Mann, GZ Oh, ein Geschützturm Ich bin in England erst mal Engineer Oh, yes Trust me, I'm an Engineer Genau das habe ich mir gedacht, als ich bei der Weinbau-Universität im geilsten Einbach Ja, fuck, wie die da ihre Sachen aufgebaut hatten Was ist das? Der Mann wird vor einem Tag da eingezogen und da haben es einfach so hingestellt Ähm Mein Bruder war mal so in einer Firma aus Hamburg als, als Praktikant Und da war halt, der Chef und der saß da noch mit so einer Kaffeetasse Und da drauf steht, ich bin ING, ENG, ENG, MEHR, also die ganze Zeit falsch geschrieben GZ GZ Ähm GZ 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 Die sind eingerannt GZ 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 Das können wir ja grad warten. Oder auch nicht. Ey, da ist die Hügel. Wo Magda die Olle Funzel drum ist? Ich komm schon, ich komm schon. Oh, ja, dann gehen wir mal rein. Erstmal weg. Hey, Loll, Schlüsselhüter. Wir sind schon da ab, General. Wir können uns nicht zu viel haben, nämlich. Der Eis kriegt einfach mal den Tank-Focus. Boah. Plan Schattenspur, was ist das denn? Legendär? Ja, legendärer Plan halt, ne? Z. Z. Ein Zeremonienmesser. Wie, was für Lieblingsglieder oder Lieblingsserien? Oh, Gott. Jetzt kommt Miko wieder mit seinem ganzen... Wo? Manga-Giebs. Anime-Animes-Mangas-Yori. Ja, genau. Das sind die Fauna-Reaktion. Schon ein Ei. Schon ein Ei. Schon ein Ei. Schon ein Ei. Schuh. Lieblingsserien. Mesh-4077. Wenn mit Lieblingsserien Fernsehserien oder sowas gemeint sind, dann fällt es mir schwieriger, was so zu sagen. Ja, aber ich auch. Ich habe Unterhier zum Beispiel Scrubs, die alten Scrubs-Folgen, das waren die besten. Ich habe alle Staffeln gesehen. Das ist die einzige Serie, wo ich alle Folgen gesehen habe, bis auf die neuen, wo JD und Töck nicht mal die Hauptcharaktere waren. Und danach fand ich die Serie einfach nicht mehr gut. Irgendwie weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch bei fast 500 DPS mal so ab, by the way, so. Oh nice. 491. Film dich, ich bin ja der Hälfte von hier. Und das mit nur einem Legendary. Ich habe auch immer eins ausgerüstet, glaube ich. Ich habe zwei ausgerüstet, verdammt. Ich habe gar keins ausgerüstet. Nein, warte doch. Mein Kopf. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Mir fehlen noch 6 Balken. Du hast ja ein Problem, ich bin tot. Du kommst vor, ne? Nein, 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 nein. Egal, ich... ... blieb mich einfach an der Leiche wieder. Hey, muss ich nicht einfach... ... nicht eigentlich nach hinten springen jetzt? Ich hab doch Ausweichschluss drin. Wenn ihr fallen wird eure Rüstung, wie weiß ich, ach nee. Doch, nee. Oh, kein Muster. Die ganze Zeit nur die Fähigkeiten. Die ganze Zeit wieder im Camp, so. Geht's halt. Geht's halt. So und dann mal zurück. Aber Tom hat wieder so wenig Leben, ja? Ähm... Immer nur das eine im Kopf. Ja. Im Meer. Wo ist denn das Ding? Hallo? Oh, jetzt bin ich bei für 142. Wo mein Leben beträgt... ... das soll ich gleich... Äh, hier Tom, guck dir mal den Kopf an. 120 Leben pro Treffer. Boah, Schattenschuhe sieht witzig aus. Ähm... Dir ist schon bewusst, dass es ein baubarer Hut ist, ne? Ach. Oh, okay. Willst du es wieder haben? Boah, kannst du verkaufen müssen. Jawoll. Entschuldigung. Oh, neues Chakram. Uhuhuhu. Ist das Gift. Glaub ich nehm lieber, äh... Das Doppelding ist besser. ...Geschützturm mit, anstatt des Tod geweiht. Oh. Oh, ach, hier unten bei Lea gibt's übrigens wieder ein neues Buch. Oh. 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 Wo hab ich denn auf einmal so viel Heilung her? Ach, Leben pro Treffer. Okay. Was hast du denn an Heilung? 431. Hm, okay, ich hab auch 391. Ich hab 840. Boah. Oh Gott, ey. Das ist so gross, ey. Das ist so gross, ey. Boah. Boah. Entschuldigung. Ich hab kurz vor, es tut mir leid. Hm. Niko, was sagst du? Äh, wie, inwiefern, was... Was du gerade gesagt hast, ich hab dich nicht gehört. Ich hab gesagt, das riecht so krass. Ähm, ich hab ja vorhin Nudeln in, in, ähm... Spinat und so ne, so ne, so ne Sahnesauce gegessen. Und ich hab mich die ganze Zeit gewundert, was hier so riecht in meinem Zimmer. Aber es ist einfach nur die Schale von dem Essen. Äh, nein, noch nichts von dem Twitter-Strike. Einfach dadurch, dass Twitter nutzen, glaub ich. Ich nutze kein Twitter. Ich bin manchmal auch schon unterwegs, aber das ist so... Einmal rauf gucken, weg. Boah, ich mach mir jetzt auch mal den, unseren... Twitch-Chat auf den zweiten Bildschirm. Oh... So... Oh, wir haben hier ein neues Hut. Wie, was für ein Hut? Wie, was für ein Hut? Das hat noch gar nicht. So ein Overlay. So, jetzt bin ich bei 609 damage. Das haben wir schon länger. Oh, wir haben noch gar nicht gemerkt. Also 600... Äh, 563. Also meinetwegen können wir los, wo? Ja. Ja, weil ich guck mal eben noch nach neun... Boah, die sind aber gute Köcher. Nach Farben. Ich find, meiner sieht so scheiße aus. Ich bin auch bereit. Ich bin schon mal da. Bereit, bereit, bereit. Ich schaub dir. Ich ne. Blup. Da bin ich nicht. Moment, ich komme. Boah, der Chakram-Kritt ist 3200. Ich komm rein und krieg erstmal auf den Fick ein. Ich weiß nicht. So ist es doch wichtig, oder? G-Z. Ich bin auch so ein bisschen jetzt auf Offensiv. Legendary. G-Z. G-Z. Nein, das gibt's doch nicht. G-Z. Das ist ein Buch in der Leiche. G-Z. 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 Ja, G-Z. 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 Ich bin jetzt hier voll Offensiv hier. Guck mal die Bubble. G-Z. Die gibt mir Rüstung, wenn ich in der Nähe von Gegnern bin. G-Z. 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 G-Z-Z. G-Z. G-Z. Schlimm. Ich hab immer noch nur 2000. Um einfach direkt hoch zu haben. Ja, aber meine Sachen, die ich auch anhabe, sind auch toll. Gürtel kann man nicht teilen, ne? Also, that's schon so. Doch, natürlich. Den noch schon innerhalb von zwei Stunden. Warte, kann man mal eben ganz links auf der Map gehen, um zu gucken, ob dieser Baum da ist? Ja, komm. Oh, man schreit jetzt so hart. Der ist der alte Mann. Ja, ja. Hat mich jetzt grad hier schon wieder ein Vieh gestartet? Dann mal so ein bisschen rüber. Dann nehmen wir schon alle Mobs mit hier. Ja. We'll go. Gleich wieder Level up. So, ich hab jetzt ein bisschen weniger Damage und noch 508. Aber dafür regeneriere ich noch Leben und so. Kommt der jetzt hier? Oder was? Ich hab jetzt gesagt, das ist immer noch mehr als ich. Also, man muss ganz ehrlich sagen, das DLC ist, ähm, ja, ist eigentlich kaum eine Erweiterung, weil sie mittlerweile eigentlich auch, glaub ich, alles in die normale Version reingepatcht haben, bis auf Level 70, glaub ich. Ja. Ja. In der Rezeption und Akt 5, ja. Und, äh, also von daher, äh, das DLC würde ich jetzt relativ schlecht, äh, ja, quasi beschreiben, aber das normale Diablo, da hab ich schon ein paar hundert Stunden Spielzeit. Also, das hat eigentlich ziemlich gut gefallen. Also, Diablo an sich ist ein super Spiel, das DLC an sich ist jetzt nicht so der Hammer, aber alleine jetzt mit der Season wieder sind auch wieder viele Neuerungen. Also, an sich, ja, Diablo 3, super Spiel, kann man ja nur sagen. Wow. Ruhe. Ruhe. Ne, als erstes da. Oh, doch nicht. Galt. Rauch jemand Schultern hier? Äh, ja, äh. Ne. Da ist Vitalität drauf. Ja, trotzdem. Ne, weil Jan Stärke sagt. Achso, äh, er hätte es gerne in einer Skala von 1 bis 10. Also, ich denk mal, also eine 8 mindestens. 8? Ja, doch, auf jeden Fall eine 8 mindestens. Ich glaub, wir einigen uns alle auf 8. Ja. Genau, ich hätte die Schritte nicht gesagt. 8,49995. Oh, Plan für uns. Trotz hab ich bekommen. GZ. Ja, nice. Dankeschön. Ich glaub, ich hab voll ein nett aussehendes Zeremonienmesser bekommen. Also, im Sinne von, das nutze ich nicht fürs Item, sondern nur fürs Transmogen. Das sieht geil aus. Mhm. Ach, ich muss meinen beiden Plänen auch noch den Schmied beibringen. Im Schmied. Äh, hier sind... Waren hier blaue? Nee. Dann hab ich mich verguckt. Ich geh mal grad nachgucken, ob der Baum da ist. Ich geh mal grad nachgucken, ob der Baum da ist. Was bringt'n der Baum? Ja, wir können ja nur weiter nach unten gehen. Mhm. Also, hier oben ist ein Schrein. Ich komm doch mal wieder zu euch. Ich hab halt nur ein bisschen Alkohol mitgemacht. Das ist ja geschehen. Das macht nichts. Die kriegen wir auch noch. Ja. Mein Leben pro Treffen ist echt chillig. Ja. 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 Es fällt ein und ist die Frankfurt. Ja, ich hab es weiter geschafft. Bis jetzt ist noch keiner gefallen. Ja. Ich sagte aber einfach, weil ich... ...messer das nicht aufblicken kann. Boah, Massacre. 880 Monster. Warte, ich guck mal weiter unten links noch. Was ist eigentlich aus unserem Risen geworden? Geht doch weiter. Heute eine Folge released? Ne, ne, ich mein mit den Videos. Immer noch mehr als 300? Immer noch, immer noch, ja. Okay. Jetzt. Ja, die ersten beiden Folgen hatten jeweils über 300 Klicks. Ach, okay. Oh, verrätige Rezelle. Keiner Priss, ne? Hier, Mr. T, wir müssen mal, ja. Das ist mir scheinbar, ich stelle eh nicht. Nein, ich bin fast am Schärmen. So, hier ist doch die... Ne. Könnte mir auch helfen, diese Seuchen-Nestruppe zu machen. Oder? Hier müsste jetzt ein Elite-Mob rauskommen. Oh, hier sind blaue. Ja. Ja. Ich bin voll stolz auf dich. Nee, tut er nicht, tut er nicht. Ey. Dann löst du das grad nicht. Okay. Normalerweise wiederholt er das dann immer, wenn das wieder kann. Ja, keine Ahnung. So, wo muss denn das hier sein? Weg. Ah, ich bin voll stolz auf dich. Ich hab eigentlich so ein Teil Kappe geklappt, so, wenn es keine Züge standen. Mann, hier kann man nicht auf die Map malen. Kein... Hm... Gonna war nicht, der stelle ich mich einfach. Mh... 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 Kuro, was tust du eigentlich? Sperben? Was zahle ich dich eigentlich? Sperben? Was zahle ich dich eigentlich? hier zu langweilig zu wenig monster da könnten hier noch den lieb liebten ob machen wenn wir wollen ja das machen vielleicht doch da ja mal ein legendary hier in dem toten tier ist er nämlich drin ethische mucke im euro warum gab er mich an und warum macht er so viel schaden ja weil er blitze hat auf dem boden ok warum er da die armbrust aufgestellt hat das ist perfekt auf meinem ich wette meine armbrust stand da vorher schon außerdem ist das eine balliste der mir mal den unterschied eine armbrust hältst du auf einem arm eine balliste ist die mit der greifung schutzton ein geschützt und ich wette doch Ich bin immer so schwer. Ja, ich war ein Hilti der Herr. Oh, Loll! Ich aber, er hat mir grad 2 gegeben. Aber jetzt bin ich noch vor seinem Tod verweckt. Wie ärgerlich. Ja, jetzt ist der Torred endlich. Gut, naja, gehen wir mal hoch. Und hat nix gedroppt, nur ne blaue Hose. Ja, bei mir auch. Ich denke, war das Ganze gebrauchen, oder? Oh, das kann ich sehr gut gebrauchen. Danke dir. Kein Problem. Bin jetzt knapp unter 600. Bin ohne meine Passiv mit 28% mehr Damage mache bei 550. Ja, 436. Mit 7700 Zähigkeit und 805 Heilung. Und das, wenn ich stehe. Äh, wenn ich mich bewege. Wenn ich stehe, hab ich 8600 Zähigkeit und 1100 Heilung. Ähm... Wir sollten hier, glaub ich, rein, ne? Ja. Yay. Nein! Wir sollten hier rein. Hier ist der geile Dungeon, der extrem viel Erfahrung bringt. Okay. Okay. Machen wir. Ach ja, eigentlich. Boah, ich renne noch immer weg. Okay. So, hier rein. Ja. Hier rein. Ja. Hier rein. Da sind extrem viele kleine Mops drin. Ja, da hab ich ja etwas richtiger ausgewählt. Hier sind die große Mops drin. Und hier auch noch große Mops drin. Und hier auch noch große Mops drin. Jetzt werden die auch knapp unter 600 DPS. Und die neuen Schuhe, die sehen ja cool aus. Und hier raus. Nice Ich habe hier noch eine Rose sonst Nehme ich gerne Ja, hier Ich kann fast die ganze Zeit Chakras casten hier Ich hab meine Ur-Bananen dabei, oder hab sie eben dabei Geht's halt Wann war euer Ziel gesetzt heute zu spielen? 70 70, ne? The fuck Nein, heute nicht Ich bin noch ziemlich im Eimer Weil ich die letzten Tage immer morgens um 7 Uhr aufstehen durfte Ja, aber wir müssen gleich auch mal PvP spielen Geht's halt auch mal um 7 Uhr auf Ich bin die ganze letzte Woche von 10, äh doch von 10 bis 6 Uhr morgens arbeiten gewesen Haben wir nicht ne Hexen-Kochel dabei? Ja Hab ich da was Schönes für dich vorbereitet? Dankeschön, ich kück's mir gleich an Ja, ich bin zugeheißen Ja, ich bin zugeheißen Dankeschön, aber ist nicht wirklich gut Wartet auch nicht Es wird nicht Nein, ich habe mir verlungen Bezin Wir müssen gleich wieder Level abholen. Bei mir sind es noch 3 Balken. Diese Höhle gibt so viel Erfahrung. Das war's. Hits head. Hits head. Hits head. Es gibt aber auch Efe, die sind noch super, Schimmel. Oh shit, meine Hand ist gerade eingeschlagen. Alter, wie ist das widerlich. Oh, ich hab schon wieder zwei Balken, ne? Oh, jawohl. Blau. Zwei Balken? Stimmt. Ah, ich muss ja schon. Achtung, die tun weh, die googeln. Na scheißegal. Die gehen eh um mich herum. Die gehen eh um mich herum. Oh, Legendary Armwurst. GZ. Oh, GZ. Wahrscheinlich das Mantis Ding, oder? Manticore? Ne, gibt auch andere. Boah. Boah. Oh, GZ. Boah. 25, boah, die Stats. Nett. Boah, wenn du die wie? The fuck? Ich hab jetzt 709 DPS. Nett. Boah, das ist mein dickes Ding. Ich hab nur 200, äh, fast 300. Oh ja, nice, ja. Ja, das war dann mein erstes Legendary. Ein zweites. Und dann beschwert er sich vorher. GZ. Dankeschön. GZ. So lange werde ich dich nicht behalten. Nope. Na gut. Das ist ein durch, oder? Ne, oben links, äh, oben rechts. Gibt noch ne zweite Ebene. Jo. Können wir dann ein halbes Level? Ja, ich auch. Also das... Die Höhle hat mir jetzt ungefähr schon zwei Level gebracht. Ja, mir auch. Äh, ja. Ich würde mal auch scheinen wegzulaufen. Oh, schräg die Gunst. Tom? Ja, ich sag ja, hört auf wegzulaufen. Niemals. Jawoll. Hm? Find. Jo. Ja. Erst die Mutter, fertig, machen die kann nämlich das Eis... ...zaubern auf den Boden. Erst den Fall... Ey, ich spreche das Garage wieder hoch. Vollkommen egal, irgendwas töten. Meine Ballistin? Ja. Witzig. Ja. Hier oben steht ne prächtige Truhe. Hm. Die steht immer da. Oh. Wow, ganz viel Blau. So. Dann einmal was heuer. Okay, ich hab Neureich bekommen. Nice, GZ. Ja. Ja. Oh, vier gelbe Gegenstände. Eigentlich auch, fuck. Zwei gelbe Gegenstände. Und nett. Ich hab 669 Schaden. Jawoll, das ist echt schön. 716 Schaden. Oh, shit. Oh, fuck. Sorry. Oh, fuck. Wo, wo, wo? Direkt auch. Ordentlich. Kein Problem. Easy. GZ. Okay. Oh, dämonische ist eins. Drei gelbe. Ne, zwei gelbe. Nicht ein einziges gelbes. Ich müsste mal zurück, mein Inventar ist voll. Hehehe. Das können wir ja machen. Oh, ich bin Level 30. Die nächste Ding ist... Jo, ich auch. Heilt herzlich. Sehr schön. Ich glaub ich spiel mit zwei Einhändern, weil... Ich hab noch eine relativ gute zweite Einhändler gefunden. Ich mach jetzt 726 Schaden. Was ist hab ich... Was hab ich jetzt denn bekommen? Ich gehe in die Stadt zurück. Mir blinkt hier die ganze Zeit irgendwas auf, ey. Ich komm gar nicht mit. Achso, kann irgendjemand mein Dingscreen brauchen? Ist nicht... Nee, kann man nicht mehr handeln. Ist zu alt. Nee, ihr... Nee, ihr wart draußen. Aus dem Game deshalb. Nee, ich denk das Ding ist zu alt. Es ist mehr als 2 Stunden alt. Ja. Meinst du? Ja. Wenn, dann steht das unten rechts. Stimmt. Ja. Account gebunden, ja. Weil du kannst auch selbst nach ne... Nach ne... Früher waren das ja 24 Stunden oder so. Kannst du das noch... Ja, früher. Da als in den guten alten Zeiten. Mhm. Also Lea hat schon mal reingeblieben. So, wo Schmied eben nochmal ausbauen. So Level 10 ist er an. Mach ich mein Level 10? Boah, wozu baue ich das Geld jetzt grad erstmal, ne? Momentan gar nicht. Kisten hast ja auch alle, von daher. Ja, das ist ja. Oh. Juwelier haben wir noch nicht, hm. Oh meinetwegen kann man weiter. Oh meinetwegen kann man weiter. Ja. Hast du gesehen, dass man zur Zeit Carsten da aus World of Warcraft spielen kann? Ja. Mhm. Kann man... Du hast Diablo... Oh, hier. Thomas, schuld vor. Der Diablo... Und... Ähm... Hearthstone... Und der hat einfach mal B.O.B. die Battle Chess geschenkt gekriegt vom Blizzard. Ja... Ja, also die Zeit... Boah, wie schnell ich jetzt schieße. Halladivalchi. Braucht den wer? Ähm... Hast du den? Nein. Ich freu ihn nicht. Nein, das war nicht das, die Falle. Ich muss grad mal erst meine Fähigkeiten hier durchgehen. Ich hab so viel Neues gekriegt. Ja, okay. Wart bis die anderen beiden da sind. Also ich mach jetzt 790 Schaden. Ich bin mal 716. 385, ich glaub ich bin im Schaden. War das Todesfunken für mich? Äh... So... Also was, 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 was war? Ne, lass ich schmeißen mal hin, Nico. Das hat aber eh nicht... Boah, ich hab 6000 Leben, ey. Ne, brauch ich nicht. Ich hab 6600 Leben. Wie viel habt ihr so? 3500. Äh... Ich bin DPS, ich hab mir mal hin. Oh, das ist... Okay, Ghostnitz, das hat genauso viel Zähigkeit wie ich. Äh... 12.516. Das ist mehr Zähigkeit als ich du gemacht. GZ. 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 Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Nein, nein, nein. Hm. Plus 11% Schaden und minus 8% Zähigkeit. Jawoll. Auch das wär... Gucken wir mal. Hä? Ne, das ist... Wo sind die Handschuhe, die hier gerade lagen? Glaubst du nicht. Harbgear. Da lagen irgendwelche Handschuhe, die Harbgear hießen. Kann hier mal jemand hinschmeißen? Ich werd gern wissen, ob die besser sind, das meine. Ich hab sie nicht. Ich hab sie hingeschmissen. Tom, ja? Warte, kann sein, dass ich sie hab. Muss ich gleich mal gucken. Also wie hieß das? Harbgear. Harbgear. Jetzt hab ich nur noch 5000... Ach ja, genau. Nee. Hab ich nicht. Irgendwie hat die doch... Ich hab... Ich seh's nicht. Na egal. Ich muss ja Funkenflug nehmen, aber... Endlich brauch ich meine Rüstung. Egal. Sonst auf... Ah, Rügenflug... Oh... Oh nochmal. Jetzt bin ich bei 852. Sei hart heute zu. Das war's für heute. Und das geile ist ja, ich mache ja bei gefrorenen Gegnern nochmal 15% mehr Schaden. Ich bin jetzt bei 939. Nope. He has to. He has to. Okay. 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 There pretty mods ever active Larry. He is getting mıslapped like?? Okay. Okay. Ich brauche Heilung. Ich brauche ihn. Ich habe gerade nur eine erste bekommen. Ich habe nur selten einen Schmarrer bekommen. War gar nicht mehr so schlecht. Kannst du den Augen gut tun? Ja. Dann nehme ich ihn auch mit. Was? Amulett? Das, was da auf dem lag, meinst du jetzt? Hä, wieso kann ich den nicht aufheben? Hier ist ein Buch drunter in der Leiche. Ich bin sicher, dass wir die Fallen überwinden können. So, hab ich den schön. Mhm. Das ist eine Armbrust. Wird wahrscheinlich schlechter sein, als ich die, wie ich das gut leist. Welche? Ja, ich trage zwei. Noch zwei in der Armbrust. Nee, kann ich nicht gebrauchen. Ich muss zurückkehren. hin. auf. Ja, ich bin nicht so schlecht. Na ja, ich bin schon sicher. Ja, ich bin nicht so schlecht. Dasselig hat es nichts? auch einer das hier ja komm her wir sind gerade noch infight wir sind gerade noch infight ich habe jetzt einen schaden von sechs ja okay auch zu jahren dann schmeißen wir rüber den medaille 922 960 an schaden und ich habe noch drei sockel frei ich habe zwei sockel frei und bin bei 600 ja 610 und wir dann rein ja auf geht's warte doch die schadenssuche geht's halt danke geht's halt ja mein level viel zu schnell auf ja 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 k ja 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 Wow, ein Gehirn besitzt ihm. Ich hab keinen Spann.